Juni 2020 kunstvoll führungslos. Manchmal führen personelle Veränderungen dazu, dass Strukturen in Frage gestellt werden. So auch bei der Arnold AG mit Hauptsitz in Friedrichsdorf, einem metallbearbeitenden Unternehmen mit 350 Mitarbeitenden. Das außer für Kunden aus den Geschäftsfeldern Industrie und Yacht auch Lösungen für Künstler anbietet. Der Mittelständler aus dem Taunus hat sich weltweit als Produzent von Skulpturen einen Namen gemacht. Als sich der Vorstandsvorsitzende und Inhaber Uwe Arnold Mitte 2019 dazu entschloss, ab Januar 2020 die Leitung des Kunstteams aufzugeben, stellte sich die schwierige Frage der Nachfolge. Wer könnte in seine Fußstapfen treten? Wäre es nicht unmöglich, seine Person mit dem hohen Maß an Erfahrung zu ersetzen? Und wäre es überhaupt nötig, nach einer neuen Leitung zu suchen? Wären die 13 Mitarbeitenden nicht in der Lage, sich selbst zu führen, zumal viele von ihnen ohnehin einen direkten Kontakt zu den Künstlern haben? Am Ende blieb es dem Team überlassen, eine geeignete Lösung der Führungsfrage zu finden. Wir dürfen nun seit Herbst 2019 den Prozess auf dem Weg zum sich selbst führenden Team begleiten. Dieser ist nicht zuletzt wegen der notwendigen Zusammenarbeit über zwei Standorte hinweg sehr anspruchsvoll. Es gibt ein zweites Werk im thüringischen Steinbach. An diesem Beispiel zeigt sich wieder einmal eine Strukturentscheidung. Hier die Führungsrolle wird nicht an eine Person gekoppelt, eröffnet nun die Möglichkeit, dass eine echte Zusammenarbeit im Team und ein Mitdenken im großen Ganzen wahrscheinlicher gemacht werden.